Das Finale, 500 Meter der Männer, Man 500 Meter, Final, auf der Startposition 1, Startposition 1 mit der 154, 154. Representing the Russian Federation, für die russische Föderation, Viktor Ahr. Die Stadt Nummer 118, 118, Representing France, für Frankreich, Sébastien Lepaupe. Die Stadt Nummer 118, 56, 156, Representing the Russian Federation, für die russische Föderation, Wladimir Grigore. Und mit der Stadt Nummer 147, 147, Representing the Netherlands, für die Niederlande, Schinke Necht. Ready? Go to the start. Ready? 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 Skater in lane position number one. You have one false start. Go to the start. Ready. Go to the start. Go to the start. Go to the start. Go in. Das ist ein Wettbewerb. Und das ist ein Wettbewerb der Welt. Das ist ein Wettbewerb. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf dem zweiten Platz, auf dem dritten Platz, auf dem dritten Platz, auf dem dritten Föderischen Föderation, Wladimir Grigore. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.